Ah, da geht's gleich mal in der Mission. Oh! Das ist ein Gegner. Wahnsinn. Hier hat die Sekte das erste Mal Wurzeln in Hope County geschlagen. Alle dachten, ich würde die Dinge hier verbessern. Man hätte sich nie träumen lassen, dass es so weit kommt. Egal. Mach einfach weiter so. Gute Arbeit, Rookie. Passt. Next. Misch. Ah, mal verteidigen Fakes. Ich nehme jetzt schon mal am Verteidigen. Aha, wir sollten mal unsere Verteidigung vorbereiten. Ähm, Bast-Helfer sind da, da nehmen wir den Server. Faked. Let's go. Können ruhig kommen. Oder Annäherungsminen, das wäre auch nicht schlecht. Ich will der Sekte zur Abwechslung auch mal was wegnehmen. So. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Kommt er so ruhig. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. das ist wie er bacher er hat glaube ich nur gut Oh, ja. Oh, ja. Mitnehmen? Nee, geht leines. Scheiße. So. Und... Down. So, und da war Feuer. Wo? Denken wir auch mal. Da muss einer sein. Da unten genau so, dass ich ihn nicht triff. Hey, 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 hey. Oh, ein Löcher. Ich kann mal Scharfschütze spielen erwarten. Leider nicht, verdammt. Geh mal. Warte, geh mal lieber hin. Geh mal lieber hin, geh mal lieber hin. Was? Fuck. Ah, besser. Besser. Yes. Weg vom Fenster. Aber wieso stirbt er dabei nicht? Komm, ich darf er stärken. Komm, 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 komm. Ah. So, zack. Was? Was? Aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Ne, ne. Ja, jetzt ist er. Er sollte sein. Und sollte man sein. Ich kann ihn nicht weit weg gehen. Ich kann ihn nicht weit weg gehen. Tschüss. Was? Ja. Irgendwie da, oder? Ja. Irgendwie da sollte er sagen. In dein Gegner noch. Ha. Kannst ein Wahl machen zu verlegen, weil ich können's denn nicht mit der Position aus. das schlecht die südzeite diesmal wo ist die südzeite da ist die südzeite wenn sie alle von unten kommen oder so glaube ich auch aus was nicht auf mich lang Schaut noch fliegbar aus. Ich frage mich, wieviel dieser Kämpfe ich noch ertragen kann. Das zeigt einem, dass wir nicht unser ganzes Leben so leben sollten. Passt nix das? Ja, kann man eh. Ja genau, und da ist auch gleich der Schreien in der Nähe, dann passt das schon. Haben wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schreine, die wir da vielleicht noch nicht ganz entdeckt haben. Wenn wir nicht zu genau nah waren. Da waren noch zwei, drei vielleicht. Egal, werden wir schon finden, werden wir schon finden. Da gibt's jetzt einmal nix. Haben wir sich da rauf, machen wir mit dem Winx-Jud ein kleines Abenteuer. Laufen mit uns. Aufi, 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 aufi. Perfekt. Ist auch noch geblündert. Ist ja auch so weit. Aha, da haben wir auch noch was. Na, halleluja. Na, was haben wir denn da Schönes gefunden? Ich gehe von...